Servus Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten neuen Video im Jahr 2015. Ich wünsche euch von Herzen erstmal noch alles Gute für dieses Jahr und möchte jetzt gleich mit dem ersten Video starten. Und zwar mit einer Kooperation wieder mit Gillette. Gillette hat mir freundlicherweise den Gillette Fusion Brokelight Flexboard zur Verfügung gestellt. Dieser ist seit dem 19. Januar in Deutschland im Handel erhältlich. Und ich möchte euch einfach in diesem Video zeigen, wie ihr euer Gesicht mit diesem Gillette Fusion Brokelight Flexboard wirklich perfekt rasiert bekommt. Das gute Stück schaut so aus. Wie gesagt, seit 19. Januar bekommt ihr den im Einzelhandel und basiert auf der Technologie von dem Gillette Fusion. Das heißt, ihr habt auch in dem Flexboard Rasierer, außer der Besonderheit, zu der wir gleich kommen, auch wieder eine Batterie und einen rotierenden Scherkopf mit Vibrationen. Das hört sich so an, wenn ihr das hören könnt. Ihr seht auf jeden Fall, die Leuchte leuchtet und hier oben vibriert der Scherkopf. Das Neue jetzt an dem Gillette Fusion Brokelight Flexboard ist, dass ihr einen beweglichen Scherkopf habt. Also das heißt, dieser Scherkopf passt sich eurer Gesichtskontur an und ihr bekommt damit ein deutlich besseres und sehr komfortables, angenehmes Rasieren hin. Ich bin sehr davon überzeugt, es sind vier Klingen wie gehabt beim Gillette Fusion und ich werde euch jetzt im kommenden Tutorial einfach die Anwendung ein bisschen zeigen. Folgt mir einfach dazu ins Badezimmer. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!